So, Waffenspiel jetzt. Waffenspiel. Boah, ähm, ja, ähm, was wollte ich sagen? Überred mal Daniel. Can, jetzt rede endlich mal. Ja, hat sich gemütet. Kick ihn mal bitte, der nervt. Ja, Nico, kick ihn mal. Oder Tobi, kick ihn einfach. Wo, mich? Achso, wenn ich grad nix besser zu tun hab. Den ZD, du. Nee, warte, warte, ich kann das. Ja, ich bin doch jetzt da. Das war knapp, Alter. Nein. Von Niklas, Alter. Das ist jetzt grad dein Ernst, Evo. Ja, soll ich nochmal? Spaß, Alter. Was, ich bin der Spaß, Junge, wenn Junge sich dann hackt hier rum. Ich bin doch jetzt, ich hab nicht, ich hab nicht gehackt, du Spaß. Ja, ja. Da, dass Nico. Drago hackt. Deine Mut, ja, na, klar, meiner, wie viel aus für eine KD hatte ich? Ich hab nicht geschissen nach Hacker. Nein. Nein. Neu, neu, neu. Neu, neu, neu. Nein, nicht nachladen. Nein, nicht nachladen. Ich bin mal oben, ne? Haut da rein. Äh, was machst du denn da? Weiß nicht, Max ist da. Bleib mal ran. Alter, ich hab dich doch gekillt. Ja, das denk ich mir bei Julian auch immer. Alter... Alter! Ach, du bist ja auch wieder da. Ey, wie geht's endlich? Ich bin schon die ganze Zeit da, du Nutte! Nein! Stimmt doch, ich muss nachladen, hör auf damit. Verpiss dich, du Huresohn! Willkommen im Kleinkinder-Flame-Kreis. Heute hören wir ein kleines Kind Flame. Hörst du, Alter. Richtiger COD, Kiddie. Was machst du in der Wand, Junge? Ich wollte dich killen, aber... Wo sind meine Hände? Was? Was hab ich gegessen? Wo ist denn... Weißt du... Erso, wo sind meine Hände? Alter, Papa! Ist doch Drago! Was ist Nico? Ah, hier ist durchgestorben. Sechs Kills am Stück. Nein! Ich muss Bonzen, du so Kacke. Alter, wie soll ich denn von da treffen, dieser Scheiß? Das hast du nun gehabt? Keine. Weißt schon. Mom! Nein! Die! Auto-Festig! Pistig! Aaaaaaah! Hehehe! 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 What? Hehehe! Ah, das war's nicht gut. Boah, du minderwertiger! Man kann hier gar nicht Tomer hocken. Hehehe! Es wächst aber früh! Hehehe! Nein! Fuck! Ich hab dich fast doch genealbt! Hehehe! Ich wollte dich eigentlich veranreißen, aber du warst schon tot Weißt! 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 Ich krieg von dieser Kackwaffe nicht weg! Hm! Schade, dass ich nicht mehr kenne! Na, Drago ist am obersten! Ich bin nur ausmitten! Alter! Kann mich nicht jemand irgendwie hier erlösen mit der Kotzwaffe? Alter, hör doch auf mit meiner Kiste! Ja Nico, komm mal zu mir, ich erlöse! Nö! Scheiß, Alter! Scheiß! Jan, was kiffst du? Scheiße! Ich kann mit der nicht schicken! Ich kann mit der nicht schicken! Ich kann mit der nicht schicken! Boah, Nico, du minderwertiger Haufen, du! Geht doch! Dann kommt Jan wieder und ballert mich aus und definierbaren Winkeln weg! Alter, ich kack dir nen Sarg! Hehehe! 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 Kommt mir der scheiß Sniper nicht mehr runter! Hehehe! Ja, ich hab nicht mal die Sniper ansatzweise! Hehehe! Nein, Alter, du minder! Was, die haben alle 130? Geht aber voll mit und so! Hehehe! Was n Scherz! Weißt du, jetzt komm ich mit dieser Kostwaffe weg! Hehehe! Und er, nein! Habt ihr jetzt die Drogen, Mann! Hehehe! Vielleicht noch einmal mit dein Scheiß Ei an meine Gesichter, oder? Arsch! Fuck! Du erkennst mich da von hinten! Was ist denn? Ich dachte, du wirst am Nachladen! Jawoll! Wie lange denn? Nicht lang! Mann! Boah, ne! Ernsthaft, Evo! Was hast du denn du für ein Leben? Was ist denn mit dir? Verdammt! Fuck! 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 Ey, hau auf mich anzugreifen! Ich hab's ja gerade gehasst! Warum stirbst du dich? Warum verkackst du nochmal? Stirbst du nicht? Alter, du scheiße! Das ist einfach nur an mir! Was? Was? Das war meiner? Ne! Was? Was? Ja, verdient! Und ich bin nicht deiner, du Bitch! Doch, du bist meiner! Verpasst dich! Ich bin nicht richtig! Ähm, der da... Der geht jetzt einfach random mit, aber wirst du noch durch die Gegend! So, fertig! Viel Spaß! Fick dich, Sammy! So kleiner, dreckiger Hurenloch! Nein! Verdammt! Oh! Ich bin gekillt worden! Treppenkillstyle! Auch schon da, Nico! Ja! ALTER! Ich brauche mich nicht mehr! Oh, ne! Ernsthaft! Ich bin wieder der Kack-Sniper unterwegs! Alter, es war 115, Mann, seid ihr scheiße, Alter! Nicht kleine Kack-Backen sein! Nö! Du bist so einer! Nö! Fick dich! Ich bin wieder beim LMG! Nein, war klar, dass dieser Minderwert ist! Hä? Leute, von zwei Seiten und der Kack-G, ey! Nö! Nö! Nee! Ernsthaft! Er trifft sofort! Nein! Verpässt dich! Nein, Nico! Nein! Nein! L.M.G.Style Fuck you, Zeddy Was war das für ein Kack? Das war ein schlechter Kill. Ich hab dich eigentlich getroffen, ernsthaft. Einfach so einfach, damit ich nicht so... Guck mal, jetzt hier, Damage, Damage, Damage Ich hab dich in dem Zeit... Oh, der war richtig in den Kopf Oh, wer ruft mich jetzt schon wieder an? Niko, hast du meine Nummer von Evo? Ja, hab ich Nein, hast du nicht, Niko? Niko, fick dich